Alexander Esser und Fabian Adi und Fabian Adi auf der Bühne, Marvin Hinz. Alle lieben Leute, die Bühne der Nr. 3. Er trägt einen deutschen Namen, nämlich Kai. Unsere Nr. 20, Sascha Mieter. Die Nr. 25 trägt Christian Hohmann. Gefolgt von unserem 2. deutschen Rachele-Spielerin Nr. 4, Marcel. Und ohne die Jungs gingen wir gar nichts. Unser sogenanntes Funktionsteam, die Physiotherapeuten, die medizinische Abteilung, die Betreuer, die Hintergrund dafür gewollt haben, dass er sich so erfolgreich durchsetzen wird. Unser WGB zwischen den Mannschaftsbefallern, Fabio Thion und der Trainerstab. Sepo Eichmann. Und unser WGB zwischen den Mannschaftsbefallern ist Zielinsange! 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 Wollt ihr die Schade sehen? Wollt ihr die Schade sehen? Wollt ihr die Schade sehen? Bitte schön! We are the champions of the world, we are the champions of the world, we are the champions of the world. Das ist der Rei, da Jeures Neukölln, das ist der Fall! Amen. Amen. Wir sind die Champions. Wir sind die Champions.